Hallöchen meine kleine Arschmaden und willkommen zu einem neuen Part Projekt D, dem Direwolf-Projekt. Der Server ist gestern nach meinem letzten Part abgeschmiert und ist jetzt erst zwölf Stunden später wieder online. Es läuft aber alles gut. Wir haben etwas Seed-Eule hier vorne generiert. Wunderbar, 23 Millibuckets haben wir schon. 23.000 Millibuckets produziert ja alles lustig vor sich hin, so wie es sich gehört. Gut, hier hinten werden wir jetzt unsere Autarchic Gates einmal herstellen. Guten Tag, ich hätte gerne ziehen Autarchic Gates. Das dauert zum Glück nicht so lange. In der Zeit machen wir mal... Äh... Die Trifuge brauchen wir noch nicht. Wie machen wir jetzt die Apiaries? Apiary. Da brauchen wir Impregnated Cases. In Carpenter, sehr schön. Dann schnappen wir uns doch mal den Carpenter. Moment, das allererste, was ich mache, ist... Wir nehmen uns etwas Holz. Und machen den Scheiß jetzt so. Das wollte ich gerade schon die ganze Zeit off-screen machen. Hier schon ein bisschen rumtun und gucken, was ich machen kann. Und da dachte ich mir so, nee, das ist einfach das immer. So, der Carpenter, der soll... ...erst einmal mit hier unten hin. So. Wobei ich denke... ...der kann auch eigentlich... ...zack. Und... ...zack. ...bräuchte nochmal Strom. Der kommt ja nämlich hier noch mit dran. Er erfüllt sich ein bisschen mit Seed Oil. Wenn wir hier jetzt mal die Verbindung kappen... ...solange dass er sich hier mal vollladen kann. Genau. Und dafür brauchen wir jetzt... ...Holzblöcke. Einfache Holzblöcke. Dann gehen wir doch malen und dann... ...den Keller nicht. Den lassen wir mal ungetastet. Wir nehmen die Holzblöcke von hier oben. Neun Stecks sollten jetzt mal reichen. Hallo, Herr Carpenter. Zwei, vier, 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 fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann wird einmal... ...so hier gebastelt. Dann stellt er uns impregnated Casings her. Wie viel Seed Oil braucht er dafür? Ach, 0,25. 0,25. Da kommt ja so viel bei raus... ...dass das ja jetzt nicht die große Sache ist. Jetzt haben wir schon zwei. Können wir uns schon mal mitnehmen. So, jetzt gehen wir nach oben. Das ist ja viel nach oben, wird man nicht loben. Jetzt brauchen wir dafür noch Holz und diese Stufen. Wood haben wir ja auch en masse. Dann basteln wir uns mal eine Kleinigkeit. Die kommen in die Mitte. Die kommen drumherum. Und dann haben wir jetzt zwei neue Apiaries. It's unfucking fassbar. Da ist aber drin, ey. Oh Gott. Kommt hier einer hin. Hier einer hin. Hier einer hin. Dann wächst unser Fuhrpark. Wir hatten hier irgendwo der Apropolis. Jetzt brauchen wir Glas. Glas. Haben wir zufällig Glas. Nein, Glas haben wir nicht. Dann stell doch mal bitte ein Stack Glas her, liebe Serviersystem. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Glas herstellst. Da mir das aber mal wieder zu lange dauert, nehmen wir uns einfach mal so zwei Stacks hier raus. Hauen wir hier eine rein, hauen hier eine rein, hauen hier eine rein und dann macht ihr uns auf Glas. Wunderbar. Sind denn unsere Gates fertig? Unsere Autarchic Gates sind fertig. Also kann ich auch diese jetzt von meiner Liste streichen? Wir brauchen jetzt... Wie gehen die denn? Wir machen erstmal die hier. Dafür brauchen wir Diamantpipes. Geht ganz leicht. Wir müssen jetzt mit diesen Pipes arbeiten, leider. Dann nehmen wir uns Glas. Dann nehmen wir etwas Eisen. Dann nehmen wir etwas Gold. Dann nehmen wir ein Müh-Diamanten. Und... Le Cobblestone. Und Le Wood. Haben wir wieder hinterher. Sehr gut. Wir brauchen vier. Wooden Transport Pipes. Jetzt gerade. Wir brauchen Diamantpipes ein paar. Die wir dann auch direkt... Mit dem Propolis zu... Formschönen Apiaries Pipes machen dürfen. Da brauchen wir ein paar Gold Pipes. Dann brauchen wir hier. Ein paar Eisen Pipes. Und den Rest machen wir zu Cobblestone Pipes. So, wie machen wir das jetzt? Wir haben hier unsere tollen... Süßen Bienenstöcke. Diese Wooden Pipes kommen jetzt hier dran. Daran kommen die Autarchik Gates. Wenn ich mich nicht recht erinnere. So, eins, zwei, drei, vier. Die können wir jetzt einstellen und sagen... So, was gehen wir denn da? Wenn Items in Inventory... Dann... Energy Pulse. Wenn Items in Inventory... Energy Pulse. Wenn Items in Inventory... Energy Pulse. Blablabla. Also immer wenn dann was produziert wurde hier drüben... Jagt er den Quatsch hier raus. Und alles wird gut. Jetzt können wir hier drüben die Dinger einpacken. Da müssen wir jetzt... Mal kurz unsere Gravity Gun nehmen. Ist ja hier drüben. Und uns... Die... Hallo? Danke. Du auch einmal weg. Wo ist die andere Kiste jetzt hin? Ist die schon wieder eine Etage tiefer gefallen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es doch nicht. Geht jetzt nicht bloß hier oben durch. Dankeschön. Gesteht. Gut. Jetzt... Können wir ihm sagen... Erstmal brauchen wir die Cobblestone-Dinger hier. Das ist bestimmt nicht sehr effektiv, was ich hier gerade bastel. So und so. Ähm... Ja komm. Packen wir die hier auch mal zur Seite. Und den hier drüben auch. Eins, zwei, drei... Wo ist der vierte denn schon wieder? Es waren noch vier Kisten. Ich kack ins Hemd. Vielleicht wäre es so freundlich. Und besieße die Güte. Einfach mal hier oben zu bleiben. Blöden Kisten. So, dann hole ich mir jetzt nochmal eine Extra-Kiste. Eine Extra-Kiste. Eine... Jazz, eine neue... So nehme ich. Die packen wir hier hin. Und dann geht's daran, diese Dinger hier einzustellen. Wir sagen ihm jetzt... Äh... Dass nach Rot... ...Items gehen sollen. Und der Rest geht hier nach Weiß hoch. Das gleiche sagen wir hier... Das gleiche sagen wir hier... ...nach Rot... ...sollen die Items gehen. Und der Rest geht wieder nach oben. Jetzt müssen wir hier nur Blau blockieren. Indem wir sagen... Ach ne, Blau ist schon closed. Äh... Und dann sagen wir nach Weiß... ...N-E-B. Genau. Nach Weiß... ...N-E-B. So, jetzt nehmen wir uns mal ein paar Bienchen. Ähm... Von Vorteil wären jetzt natürlich... ...Bienen... ...die wir hier auch nutzen können. Wie zum Beispiel diese Forest Princess... ...und diese Meadows Drone. Wenn wir die jetzt hier reinpacken... ...wird die gleich meckern, dass es Nacht ist. Deswegen gehen wir jetzt schlafen. So, einmal Sleepy Sleep. Und... Oh, das ist ein schöner Morgen. Oh, das ist auch ein schöner Morgen. Und jetzt... ...arbeiten die hier lustig vor sich hin. Und ich werde jetzt einen kleinen Cut machen. Bis diese Biene fertig ist. Weil sie das noch in diesem Part zeigen möchte. Und dann... ...werden wir sehen, was hier mit den Sachen passiert. Bis gleich! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.